Dass ein Großteil der politischen Entscheide hinter verschlossenen Türen und in Hinterzimmern stattfindet, ist für die meisten kein Geheimnis. Für Aufrecht Schweiz ist dies ein unakzeptabler Zustand. Sie schreiben in einer Pressemitteilung, Lobbyisten beeinflussen die Schweizer Politik unhaltbar stark. Sie infiltrieren die Behörden und bevormunden die Bevölkerung. Das ist ein ungelöstes Problem, schon seit Jahren. Unter dem Einfluss der missbräuchlichen Lobbying-Seilschaften schränken die Politiker und Behörden unsere Freiheitsrechte ein. Hinterrücks steuern sie die Schweiz in ihrem Interesse. In ihrer Welt existiert Ethik allein auf dem Papier. Denn die echten Bedürfnisse der Bevölkerung stören ihre Gier nach Geld und Macht. Gemeinsam mit den aufrechten Nationalratskandidaten, darunter sind auch der ehemalige Chefredaktor von Die Ostschweiz, Stefan Milius und Veranstalter Remco Leimbach, überreichte die politische Vereinigung gestern der Bundeskanzlei eine Petition unter dem Namen »Schluss mit der Lobbypolitik«. Die beiden Vorstandsmitglieder und Nationalratskandidaten Patrick Jetzer und Robin Spiri waren bei der Übergabe vor Ort dabei. Zusammengekommen sind gemäss Webseite über 10.400 Stimmen. Die Forderungen der Unterzeichneten sind klar. So unter anderem Auch sollen solche Mandate offengelegt werden müssen. Zudem sollen sich aktive Lobbyisten in einem öffentlich zugänglichen Register akkreditieren müssen.